Hallo, heute bin ich zum Training bei der Familie Gottschalk und dem Koopa und ich lasse mich mal überraschen, wie so der Trainingsstand ist. Ob es heute wieder so eine stürmische Begrüßung gibt? Hallo, guten Tag! Tschakka, wollen wir rein? Hallo! Warte, ich bin ein bisschen, äh, hier! Hast du begeistert, oder? Ja, bin ich begeistert! Habe ich gut trainiert, oder? Ja! Habe ich trainiert? Warnen! Habe ich trainiert? Nein, 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 nein! Hi, ich bin die Melle! Guten Tag! Beim ersten Besuch ist Koopa noch rotzfrech an Melle hochgesprungen. Wahnsinn, wir können uns unterhalten, ohne dass der bellt, ohne dass der frustig wird. Ja. Finde ich richtig gut, fängt vielversprechend an. Ja, da krieg ich richtig Lust. Wie ist denn draußen gelaufen? Ja, was soll ich dir sagen? Alles was an Bänken, Baumstämme, Gitter, Treppen, egal, er rennt direkt hoch. Aber Problem ist, er springt jetzt auch auf Bänke, wenn er es gar nicht soll. Also, die Idee war ja, ihm die Angst vor den eigenen Treppen zu nehmen, indem er draußen lernt, wirklich alles zu besteigen, was man besteigen kann. Also, gerade Gitter waren ein Problem, wo er ihn durchgucken konnte, das fand er komisch. Also, erstmal draußen eine gewisse Euphorie zu verbreiten und die Hoffnung ist es, dann nach drinnen zu übertragen. Ist nur ein Problem. Da ist noch's.